Ich bin jetzt noch geflogen. Ich glaube so. Kuduro war glücklich. Welche Art of awesome power könnte diese Nacht in den Towers haben? Awesome powers! Ich könnte jetzt quasi... Ach so, auch Viergrücken, dann höre ich dir. Ich bin sehr clever über den Towers. Da kann ich auch gedrückt halten, ne? Ne, 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 musst du schon... Da haben wir echt gedrückt halten? Ne, ich schnell drücken musst du. Ist mir gleich ziemlich sicher. Ohne witzig, das hat mir echt ein bisschen den Tag gerettet auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so... Dass du noch mal so entspannt bist. Zum Glück haben wir es noch in Toms Schrank gefunden, wenn er nicht da war. Wer uns versteckt hat. Wir bleiben einfach hier. Hier bleiben. Vielleicht vergisst der uns. Warte, Alter! Zu spät. Der musste jetzt noch reagieren müssen. Da hab ich nicht, äh, und so. No, what is this? Warte, warte, warte. Da ist vielleicht auch noch was drunter. Nicht drunter stellen, falls das einer ist in der Straße. Ja, okay. Äh... Fiek, 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 fiek. Achso. Oh, aha. Das ist geil. Ah. Und, nach links. Tötte aber nicht so. Daraus ist übrigens gerade die Hölle los, weil ich vorhin schon jede Menge Polizei gehört habe. Echt? Du meinst jetzt ein Helikopter? Also ein Polizeihelikopter? Nein. Warte, hat sich das angestellt? Oh! Ich hab... Ich... Ich... Ich glaub die ersten Leute rebellieren, weil Tom weg ist. Warte, was? Riot! Ja. Ja. Achso. Ja. Danke. Warte, ich würd noch gerne oben im Tower ankommen, weil da gibt's eine, eine, zwei... Oh, dann hätt ich auch noch... Ja genau, da kannst du halt ein bisschen steuern. Warte, halt... Oh, weiter drücken! Oh, weiter... Ah! Wenn du's im Flug triffst, dann äh... Kannst halt direkt weiter. Kannst da links drücken, dann wärst halt direkt da lang gefahren. Guck mal, das kann ich auch kaputt schneiden. Oh, was? Wie viel... Ich drück... Ich drück tatsächlich rechts. Nee, musst halt... Also halten dann halt. Achso. Mein Kopf ist ab, ne? Hast du das schon gesehen? Ja. Er ist weg, ne? Ja, ja. Das ist aber nicht so schlimm. So, halt mal rechts ganz weit. Du kannst ruhig weiterschneiden währenddessen. Ja, ja, aber dann ist halt zu schnell dann... Und so. Warte! Warte! Batman! Ruf Batman! Yes! Noch eine, da ist noch eine. Ja, ja, ja. Batman! Uhuhu! Ich schnippe dich! Ja, was muss er jetzt machen? Keine Ahnung. Nein, du! Do what you always do! Yes! Cut these fucking beds! Cut them all in half! Oh Gott, au! Ah! Why? I don't even know you! What the fuck is going on? They whistled the bill so I thought I should come! Oh man! Guck mal hier, was ist das für ein Kopf? Das ist so eine Pflanze, die du da... Nee, aber das ist so ein Kopf hier. Achso. Du hast gerne eine Pflanze, mit du da hätten haben müsstest. Wäre es alles so, dann hast du's später und kommst dann damit zurück. Ja, ja, ja. Oh! Love it! So, jetzt kommen wir langsam oben an. Love it! Love it! Was? Hier im Vorwurf und schon, das ist so geil. Ohooh! Das ist doch auch Sachen respektabel. Ohooh! 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 Der warst doch pressig, Jek! Ja, aber ich, ich will ja... Ich will ja auch ein bisschen langsam... Und aah! Ohooh! Oh, es ist gut, es ist so gut! Ohooh! Ohooh! Okay... Ich hab' rausgold, Mats. Oh, Robin, wer bei dir? Also dieser Sprung wird halt... Ne, was? Ich mach' dir auch so leid, ich weiße. Das war das einmal, wo ich's noch nicht mehr absichtlich machte. Oh, wie der eine den anderen jetzt noch rausgold hat. So, ich slice jetzt Sachen noch kaputt. Oh! Oh, wenn der jetzt so langsam runtergeht? Ne. Oh, ist das gut. Na! Guck mal, wie sie im Hintergrund... Ich kann sie... Guck mal, ich leite sie im Hintergrund mit. Ja, warte mal, da ist einer auf dem Ding, ne? Mach die mal frei, ne, bitte. Was? Ne, was? Da auf dem Sprung wird. Ach so, oh Gott, au! Warum wirst du das? Was hab ich dir getan? Oh, dann geht's auch weiter hoch. Oh. Was? Ja. Oh Mann, komm. Na, da. Ach so, Flur... Ah, schade. Was denn? Ist hier vielleicht eine Fluge-Dings drin? Ja, hier ist eine Fliege-Dings. Kann ich die benutzen? Ja, ja, hier ist das Zeichen. Wo? Wenn du ein bisschen weiter in der Mitte läufst? Da. Ach so, tatsächlich. Ah. Oder auch nicht. Mal springen. Ne. Äh, doch auf jeden Fall. Ne. Ja. Ah, jetzt geht's. Gerade gehe ich nicht irgendwie. Woohoo! Don't fall now! Never! Kein Druck aber! Nicht fallen! Yes! Oh, yes! Ob ich gerade nichts sehe aber es ist trotzdem awesome! Nein! Boah! Nee, das war doch Absicht. Alles Absicht. Alter, auf welche Ideen muss man kommen, ne? JEFF FICK Don't stop don't stop me now we're having such a good time we're having a call oben lang YES don't touch me down oh meva Ich hab einen riesen Kristall da unten ist Deiner 黙 Oder Yes da unten there Da fängt das Herz so auf zu blüten, äh, anzuspricht. Fängt das Herz auf zu blüten. Ja, weißt du, was ich meine. Oh, ein Horseweaver. Do it! Achso, geht schon los? Ne, ist erstmal wieder Ausreichphase. Achso. Na, oh! Da ist einer! Cut in! Und, äh, okay. Doch, jetzt! Cut, 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 cut! Da hoch, cut! Und da rüber cutten. Ne, hoch, hoch, hoch! Da, da, ja! Ja! I hope you die, man. Das ist so great, ne? Das ist much more great. Das ist dann ein Experiment. Wir machen links hier zu dem... Ach, was ist die Beine hier? Ja, ausgewichen! Das kommt der Tüterie, ja. Oh! Cut in the breast! Na, um? Ne, jetzt wird er erstmal wieder runterfallen. Dann muss er wieder, oder? Da unten, Zahnräder! Hier unten! Ah, da war ein Zahnräder. Ah, hab ich nie gesehen. Ich gesehen. Er ist sehr spät gesehen. Egal, kommt wieder. Oh! Oh, dann machen wir was Neues. Achso, du kannst ja auch noch rollen, ne? Äh, ja, da war ja was. Da ist ein Zahnräder, siehst du? Ja, ja. Einfach nach unten. Unten, unten, unten. Schon wieder weg. Wir müssen, du musst gar nicht rausspringen. Ah, ja. Du kannst direkt von hier dran springen. Ah, jetzt sind sie oben. Ne, also... Ja, ja, aber jetzt... Und dann noch vorne links. Oben links. Vorne links. Okay, vielleicht muss man das doch bis jetzt machen. Ja! Geil. So. Wir sind aber schon näher hier. Schön, dass alle Gegner darauf ausgerichtet sind, mit Scheren kaputt gemacht zu werden. Wir haben wirklich eine Schere gefunden haben. Das hat wirklich einmal ein großes, ein Glücksfall für uns. Wenn es so ein Schwert gehabt, hätten wir jetzt voll scheiße gewesen. Ja. Hoch? Ja! Hoch! Oh! Nein! Never stop going hoch! Weiter! Achso, dann musst du ihn nur abmachen. Okay, du musst ihn nur durchschneiden. Okay, dann hätten wir gar nicht hochgemusst. Aber wir haben ihn fast fertig. Also, ich glaube... Was macht er? Was haben wir denn? Ich kann ihn halt vom Angriff abhalten, wenn ich... Ja, ja, ja! Jetzt hoch wieder! Ja? Ziem sicher, dass du hoch musst. Nee. Okay, ich glaube, du musst einfach ein gewisses... Ja. Eine gewisse Menge wegschneiden. Was ist das? Ah ne, er geht hoch! Sag doch was! Sag doch was! Sagst du nichts! Ja, hoch! Oh! Too bad! Nee, das können wir noch! Wir kriegen ihn noch! Wir kriegen ihn noch! Wir haben ihn! Puff! Warte! Warte! Ich werde ab! Ja! Du kannst ihn hier ausmachen! Ja, ja! Oh, jetzt hoch! Deswegen, hier musst du nur von links nach rechts! Schlip, schlip, schlip! Da musst du möglichst viel schneiden! Okay! Bleib bei der Mitte! Bleib bei der Mitte! Ja! Ab jetzt geht's! Nee! Jetzt geht's! Oh, ich fahre! Das war ein komischer Bug! Ha! Ich bin mir grad auch so unsicher, was wir da machen müssen! Nee, du musst einfach mal... Das fahrt genau richtig! Du stahl nach oben! Und oben ist das Zahnrad! Also ich mach schon genau das Richtige! Ach so! Möglichst viel cutten jetzt wieder! Ja, hier... Schaden nimmt, so! Und jetzt? Nach oben schneiden und versuchen! Da ging das irgendwie, so kommt nicht! Versuch mal links nach rechts müssen zu gehen! Ja, ok! Schnell schnell drücken! Ja, aber ich komme nicht hoch! Nein, du musst mich schnell drücken! AIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIA Gar nicht einfach Was jetzt? Gar nicht Komm nicht hoch Geh mal nach links Geh mal nach links Geh mal nach links Geh mal nach links Mach Jetzt rieb da hoch Der regnet sich nämlich auch Wenn du zu lange brauchst Was? Das möchten wir nicht Mach die Antenne jetzt auch mal Ah Ja Ich hab noch gekriegt Okay Das war gut Ja Ich hatte Wollte eigentlich noch Diese ganz krasse Es gibt nämlich noch Eine Verfolgungsjagd Mit dem T-Shirt Ja Die jetzt kommt Vielleicht machen wir Vielleicht gucken wir es dir noch mal an Bei uns Bei Times 3 Ja das wäre schön Also ich glaube Wenn das halbwegs gut ankommt Wenn es euch auch Spaß macht Da draußen Ich würde da gerne noch Ein bisschen reingucken Zwischen kannst du es angucken Ja Tiger Quickly du fool Er wird die Nachtschild Wie konnte er Possibly wissen Das war da Ich war ja eh selbst Als wir im Keller waren Wow No Toll So fucking charming Einfach toll Da möchte man sich wirklich Eindrin einwickeln Ja wirklich Man möchte sich da So eine Soße draus machen Und sich damit komplett Äh Das ist Sony Sony Japan Die so lange nichts mehr Richtiges gemacht haben Wo man sich so beschwert hat Dass da nichts von kam Mit einem britischen Chefentwickler der in Sony Japan Äh Dieses Ding halt gemacht hat Also so Shadow of the Colossus Und so Ja 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 So von einem Manche davon Äh Toll Ich würde es gerne noch mal hier machen Wenn es gut ankam Schreibt es in den Comments Äh Vielleicht auch mit diesem Thomas Von dem alle reden Ja vielleicht auch mit ihm Ich glaube der will auch schon jetzt Ziemann Wir haben jetzt äh spät Ja Schönen Abend War ich Genau Ne war ich Ne ne ich wollte auch gerade so Unbeerleiten ins Ende Okay Wir enden so wie wir angefangen haben Okay Bis zum nächsten Mal Tom Wir vermissen dich Tschüss 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 Tschüss